Und jedes Mal weißt du, wenn du eine Idee hast oder wenn das Fernsehen kommt, dann muss man irgendwie einen Schlauch durch den Dilder, dass man da Milch rausspritzen kann. Ich habe eine Idee. Hey Rolle, wir machen erstmal die Bilder und dann bearbeiten wir es bei Computer, dass man nur mich da sieht, meine Piclo war auch gekauft und in dran so ein Tele-Tabier-Intergrund mit so hartem auf Wiesen. Und dann spritzen aber noch. Du musst aus dem Penis raus spritzen. Ich will aber noch die Analifix-Gruppe, da müssen Richie, da müssen wir noch mal aus Pop-Maschie basteln, so wie das aussieht. Richie, Felix und noch wer. Jetzt guckt er schon, ja.